Machen wir weiter. 563 haben wir. 123? Wie jetzt? Ach ne. Was ich das nochmal machen wollte. So viel Langeweile habe ich noch wieder nicht. So. Pinnagroove. Entkomme der Bombe. Das machen wir das nächste Mal. Wir machen erstmal den Flatout Mode weiter. Mit dem nächsten Rennen vom Metal Smash Derby Cop. So. Capacona. Na Capua. Naja meine Witte. Die kennt ihr ja. Boah den habe ich richtig einige. Den habe ich es richtig gezeigt. Auf jeden. Zwar bin ich auch zurückgefallen dafür. dafür aber hat sich gewöhnt. Erstmal die Botanik verwickeln. Auch schön. Man muss ja Getreide haben um Brot machen zu können. so kann man sein tägliches Büro auch verdienen. Einfach mal durch die Getreidefelder fahren. Mensch. Schmeiß keine Rohre auf mich. Ich weiß zwar dass ich ein Rohr... Ich verlege zwar gerne ein Rohr, aber so soll das ja nun nicht sein. meine Fresse hier wieder. Wir gehen mal auf... mal auf den Sack. Und zwar allesamt. Und zwar so Brenn-Sender ist auch noch schön. So Kann ich die auch mal überholen bitte? BAM! Dankeschön Sehr nett. Alter Blödes Der Wichser Mal ganz ehrlich. Sonst mach ich sowas. Siehst du die mobben mich hier schon wieder. Ich will nicht gemobbt werden. Es reicht wenn ich andere mobbe. Auch wenn ich sagen muss dass Mobbing unschön ist. Aber hier in dem Spiel darf man das. Das soll ja im Endeffekt nicht heißen dass ich dass ich Mobbing gut heißen kann. Das will ich damit nicht gesagt. Hier in dem Spiel ist Mobbing gut. Aber wenn ich finde es nicht gegen mich richtet. Es ist ungesund. Es ist auch ungesund dass ich hier keinen überholen kann. Was ist denn hier los? Was geht denn hier nicht? Ah das gibt es doch nicht. Mal erst zweiter jetzt dritter mhm das wird nicht so schön. Das ist ja unschön. sogar sehr unschön. Was machen wir dann da? Was? wieder zurück. Ich habe das nicht gesehen. Ach so ich habe den ersten Platz. Okay. Na gut. Derby Bowl da kannst du Derby Bowling spielen. Ah sei es drum. Wir machen erst mal Carnage Mode. Entkomme der Bombe. Mit den Shaker. Hey lass uns doch mal shaken. Du geiler Feger. Na gut. Ich will mich nicht so lange aufhalten. 34 mal gucken ob ich das hinkriege. Also Hier muss man eigentlich sehr gut, wenn man schön fahren kann, also wenn man gut fahren kann, ist nicht verkehrt. Mein gut, mit Nitro wäre das natürlich noch schöner, auf jeden Fall, aber das ist ein bisschen gewagt, würde ich auch nicht so wirklich empfehlen, weil das bremst alles nur aus. Bronze verdient. Wenn man 46 heute schafft, weiß ich nicht. Wenn man uns mal gut fahren könnte, ist das nicht einfach. Silber verdient. Sauber. Drei Sekunden ist es. Gold schaffe ich nicht. Gold schaffe ich glaube ich nicht. Ist unrealistisch. Oder? 57. Ach, ne. Ne. Sache nicht. Mach Sachen. Das gibt es doch nicht. Und ich fahre immer noch. Alter, was ist denn hier los? Was geht mit mir nicht? Flugstunde. Alter, 67. Bin ich gut. Mensch, schön. Und ich sag noch, Gold schaffe ich nicht. So, Flat-Out-Mode. Zum Rennen. Na, die Derby-Kasse haben wir schon bald überstanden. Derby-Bowl. Dann machen wir das Rennen. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ja, das sieht ja gesund aus. Wie die alle da aufeinander... Wum-Bowl. Und dann... Jack-Benten-Schrott. Jetzt haben wir alles verdient. Und dann... Wum-Bowl. Alter, was geht mit euch nicht? Alter, sag mal. Geht's euch so gut? Autsch. Kann ich vielleicht auch mal... Dankeschön. Wum-Bowl. Oh, mein Auto sieht nicht ganz so gut aus. So. Ja. Oh, das macht's auch nicht besser. Ähm. Autsch. Na, noch... Noch drei. Zwei. Eins. Meins. Ebay. Na gut. Ähm. Ja, einer ist noch. Den krieg ich auch noch weg. Guck mal her. Da kommst du Papa. Papa hat ein Leckerli für dich. Zum Beispiel das. Oder das. Finish. Die machen überall Werbung. Quantum Finish. Müssen die mehr Schleichwerbung machen. Seht ihr es von mir? Naja. Leih Bing. Ich leih mir das... Ich leih mir die Webseite Bing. Ich weiß ja was schlicht. Ah, Mann. Ah, dafür bin ich auch bekannt. Schlechte Witze. So. Wir machen denn das nächste Rennen. Der Tormatsch Derby Cup. Ah, City. City Central. Die Strecke führt an schmalen Wohnblocks vorbei. Ghetto Fertil. Ghetto Fertil. Schmalen Wohnblocks vorbei. Durch ein riesiges Einkaufszentrum. Und raus auf die rasanten Highway. Bester Schrott. Oh, das sieht ja gesund aus. City Central. Sieht schön aus. Nein, 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 nein. Ich dreh schon wieder durch. Ah. Ihr Arsch, ich hätt' ihr es nicht früher machen können. Ach, Mann. Ich weiß nicht, wie wir ein Auto schrotten. Wie wir einen Hater rauslassen. Aber so kennt ihr mich ja. So habt ihr mich kennen und lieben gelernt, denke ich mal. Lieben zwar nicht, aber kennen. Aua. Das war voll der Leitplanken-Drift eben. Autsch. Ich hab's am Park des Autos weggeballert. Bowling! Na, Bowling! Ab durch die Scheibe! Verdammt. Oh, ging nicht durch die Oberscheibe, verdammt. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Autsch. Die ist so kaputt. Alter. Wenn ich kuscheln möchte, sage ich Bescheid. Mal ganz ehrlich. Zumindest ist es ein Vibe, das im Auto sitzt. Ah. Naja. Dass das Auto das aushält. Einfach mal in die Wand semmeln und es fährt immer noch. Ein echtes Auto, das würde schon einen Geist abnehmen. Auf jeden Fall. So muss das. Auto-Schrott.